Als meine Jurykolleginnen und ich während unserer Sitzung mit allen Bewertungen durch waren, schocken wir uns tief in die Augen und haben bewusst, einer fehlt. Es gab einen Nominierten, der abseits aller üblichen Kriterien und Ergebnisse unsere Herzen überhört hat, der uns überzeugt hat durch eine Begeisterung, die uns alle angesteckt hat. Was hier jedoch im Ehrenamt und mit einem extrem hohen Maß an Kreativität geleistet wurde, das ist uns dieses Jahr einen Sonderpreis wert. Herzlichen Glückwunsch an den Turntverein Kreativität! Und es ist ein Rennen für das Rennen auf Tour, wenn er auf geht!